Hallo, ich bin der Robin und für mich ist es ganz wichtig, Möglichkeiten zu finden, was kann ich tun, um die Welt friedlicher zu machen und sehr wichtig ist auf jeden Fall in meinen Augen die Liebe zu sich selbst zu finden, sich selber für nichts zu verurteilen und dass man wieder glücklich wird. Also ich kann nur Frieden in die Welt bringen, indem ich mit mir selber Frieden schließe und so in diese Richtung sollte man gehen. Danke. Ja, also ich beschäftige mich halt sehr viel mit meiner Psyche, mit meiner Seele, mit verschiedenen Aspekten meines Seins und versuche mich eben selber zu finden und die Liebe wieder stark werden zu lassen. Was ich auch mache ist, Liebe zu meditieren, das ist einfach zu meditieren und Liebe zu fühlen. Ja, und was auf der materiellen Ebene für mich ganz wichtig ist, ist, dass ich einfach gewisse Firmen nicht unterstütze, die den Regenwald abroden, die Tiere foltern, die Wasserquellen kaufen. Also solche Firmen einfach zu boykottieren ist für mich eine Möglichkeit, eben mit meiner Verkaufkraft, meine Stimme zu erheben. Oh ja! Oh ja! Was auch sehr wichtig ist, sind Gifte, die sie uns ja sehr gern verabreichen, also sich dazu informieren. Raffiniertes Salz, absolutes No-Go, Florid, bitte keine Florid-Zahnpasta, das sind die schlimmsten Gifte, die sie uns als positiv verkaufen, das ist echt ein Wahnsinn. Ja, also einfach sich informieren, was man wirklich zu sich nimmt, weil das hat auch sehr viel Einfluss auf den Geist und es geht auch darum, einen klaren Geist zu haben, um eben etwas tun zu können für die Welt. Ja, bravo! Vielen Dank und alles Liebe und Frieden! Peace! Danke schön!